Ich möchte und ich muss hier antworten, wie ich es in den letzten Tagen schon getan habe, jegliche Information, die die Bundesregierung zu nachrichtendienstlichen Vorgängen geben kann, zu Erkenntnissen, zu einzelnen Operationen, zu Dokumenten, zu Defiziten, die wird sie dort geben, wo diese Informationen hingehören, nämlich vor den zuständigen parlamentarischen Gremien, nicht in der Öffentlichkeit. Darüber hinaus sind es die parlamentarischen Gremien, wo darüber berichtet werden kann, was sich unter diesem Begriff Defizite versteht, wie man damit umgeht, welche Konsequenzen zu ziehen sind oder schon gezogen worden sind. Das alles gehört dorthin und nicht in der Öffentlichkeit. Ich als Regierungssprecher kann dies hier in der Öffentlichkeit nicht tun. Es geht, dass wir ebenfalls nur vor den zuständigen Gremien und nicht in der Öffentlichkeit darüber Stellung nehmen, ob Sachverhalte, die jetzt berichtet werden, zutreffen. Es wird nichts im Raum stehen gelassen, aber es wird auch nicht alles, was nachrichtendienstliche Tätigkeiten betrifft, in der Öffentlichkeit debattiert. Das ist Usus. Es wird natürlich Aufklärung gegeben, es wird Information gegeben, den dafür zuständigen Gremien im Deutschen Bundestag und nicht hier vor Journalisten. Ich weiß, was ich hier als Regierungssprecher für die Bundesregierung zu sagen habe. Wie weit ich gehen kann und was, und das ist ein großer Teil dessen, was sie interessiert, in die entsprechenden demokratischen Gremien gehört. Und nicht in der Öffentlichkeit. Auskunft über die Sachfragen, die vermeintlichen Operationen, Erkenntnisse und all das kann es natürlich auch im Falle der Bundeskanzlerin nicht in der Öffentlichkeit geben, denn sie ist ja an die gleichen Grundregeln gebunden. Im Übrigen wird diese Aufklärung natürlich dort zu leisten sein, wo der Bundesnachrichtendienst parlamentarisch kontrolliert wird. Nicht in der Öffentlichkeit, also in den zuständigen Gremien. Und die werden von der Bundesregierung intensiv unterstützt dabei. Und deshalb muss es darum gehen, dass so schnell wie möglich Aufklärung darüber erfolgt, was wirklich geschehen ist und was nicht. Und zwar dort, wo es hingehört. Nicht in der Öffentlichkeit, im Deutschen Bundestag, dem Parlamentarischen Kontrollgremium und im NSA-Untersuchungsausschuss hat. Unser Interesse ist die vollständige Aufklärung dieses komplexen Sachverhalts. Nicht in der Öffentlichkeit. Ich habe Ihnen zu der Aufklärung und wo die stattfindet, nach unserer Vorstellung das gesagt, was ich zu sagen habe.